In diesem Video geht es um das Prisma. Zuerst kümmern wir uns um die Eigenschaften eines Prismas und ich zeige dir, wie man die Oberfläche und das Volumen berechnet. Diese geometrischen Körper nennt man Prisma oder als Mehrzahl Prismen. Es gibt verschiedene Arten von Prismen. Alle Prismen haben einen Grund- und eine Deckfläche. Grundfläche und Deckfläche sind parallel und kongruent. Kongruent bedeutet, dass sie gleich groß sind und die gleiche Form haben. Außerdem gibt es den Mantel, der den Rest der Oberfläche bildet. Auch der Quader und der Würfel gehören zur Familie der Prismen. Wenn man die Seiten eines Prismas aufklappt und in eine Ebene bringt, dann spricht man vom Netz eines Prismas. Dieses Prisma nennt man Prisma mit dreieckiger Grundfläche. Hier siehst du dasselbe bei einem Prisma mit trapezförmiger Grundfläche. Die Grund- und Deckfläche werden auf beide als Grundfläche bezeichnet. Das H mit dem tiefgestellten K bezeichnet hier die Höhe des Körpers. Jetzt kommen wir zur Oberfläche des Prismas. Die Oberfläche ist jede Fläche, die nass wird, wenn ein Prisma ins Wasser getaucht wird. Im Schrägriss siehst du nur einen Teil der Oberfläche, nämlich eine Grundfläche und ein Teil des Mantels. Deshalb betrachten wir das Netz und erkennen, dass die Oberfläche aus zwei Grundflächen und einem Mantel besteht. Das gilt bei jedem Prisma. So kommen wir jetzt auch zur Formel für die Oberfläche. Die Oberfläche besteht aus zweimal der Grundfläche und dem Mantel. Die Formel lautet also O gleich zweimal G plus M. Dazu müssen aber erst die Grundfläche und der Mantel berechnet werden. Diese Formeln unterscheiden sich bei den verschiedenen Prismen. Du musst für die Berechnung der Oberfläche also auch die Flächenformeln kennen. Die Grundfläche ist ein rechtwinkliges Dreieck. Die Formel für die Grundfläche lautet deshalb A mal B durch 2. Der Mantel ist immer ein Rechteck. Eine Seitenlänge ist gleich lang wie der Umfang der Grundfläche, was mit einem U mit einem tiefgestellten G für Grundfläche abgekürzt wird. Die andere Seitenlänge bildet die Körperhöhe H. In diesem Fall wird der Mantel also mit A plus B plus C in Klammern gesetzt mal H berechnet. Jetzt kennst du die Grundfläche und die Mantelfläche und kannst damit die Oberfläche berechnen. Bei diesem Prisma bildet die Grundfläche ein Trapez. Wir benötigen deshalb die Trapezformel. Gut aufpassen musst du bei der Höhe oder besser gesagt bei den verschiedenen Höhen. Es gibt nämlich eine Höhe im Trapez und eine Körperhöhe des Prismas. Damit du die beiden nicht verwechselst, wird bei diesem Beispiel die Körperhöhe mit einem kleinen H und einem tiefgestellten K abgekürzt. Als nächstes berechnen wir die Oberfläche eines Quaders. Die Grundfläche bildet ein Rechteck. Die Berechnung des Volumens eines Prismas ist um vieles einfacher. Die Formel lautet V gleich G mal H. Du musst also nur die Grundfläche mit der Körperhöhe multiplizieren, um das Volumen zu erhalten. Wie bei der Oberfläche musst du zuerst die Grundfläche ausrechnen. Auch beim Prisma mit trapezförmiger Grundfläche gilt dieselbe Regel. Nur die Formel für die Grundfläche ändert sich. Auch das Volumen des Quaders, also eines Prismas mit rechteckiger Grundfläche, kann auf diese Art berechnet werden. Ich hoffe, du hast meine Erklärungen verstanden. In der Videobeschreibung findest du Arbeitsblätter oder interaktive Online-Übungen, die genau zum Video passen. Natürlich mit Lösungen. Verstehst du das Thema jetzt besser? Dann würde ich mich über ein Abo oder Like freuen. Hast du noch Fragen oder sind dir manche Erklärungen unklar? Auch in diesem Fall würde ich mich über dein Feedback freuen.